Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Trügerische Stille Na gut. Machen wir uns mal auf den Weg und schauen uns in Freedom's Progress um. Wir haben eine neue Waffe zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist schön. Haben wir die denn schon dabei? Ich weiß es nicht. Ne, wir haben momentan nur die zwei Waffen. Nein, haben wir doch nicht. Äh, was haben wir denn da? Automatische Pistole und die schwere Pistole. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die automatische Pistole und schauen uns gleich mal an, wie gut die ist, sobald wir irgendwo mal auf Feind treffen. Denn wir können uns vorstellen, natürlich gehen wir nicht in einen Kampfeinsatz, ohne auch wirklich einen Kampf zu erleben. Ist doch logisch. So, aber erstmal sieht es hier alles ziemlich tot aus, muss ich sagen. Sehr leblos. Und der Schnee fällt als einziges Geräusch. Na, weil wirkliches Geräusch steht dabei ja nicht. Der Schnee fällt leise vor sich hin. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wir können die ja noch anweisen. Äh, das war aber eigentlich gar nicht mein Ansicht. Gut, gibt's hier denn irgendein Lebenszeichen? Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Wir sammeln erstmal die Ersatzteile ein, würde ich sagen, bevor wir das vergessen. Nochmal 1000 Credits, ist das nicht schön. So, hier oben ist zu, wie es scheint. Da kommen wir also nicht weiter. Dann bleibt uns ja noch eins übrig. Ab durch die Tür. Max. Klingt nach Fenris, Max. Wow. Ich glaube, ich wechsle nochmal wieder auf die schwere Pistole. Und hebe mir die automatische auf für größere Ansammlungen, die sie in der Welt machen. So, noch mehr. Los geht's. Angriff oder Spannung auf die Protokollsysteme. Ja. Ich wollte nur mal zeigen, wie es hier aussieht, wenn wir einen draufkriegen. Natürlich greife ich es sonst nicht so an. Aber wir sehen, es hat sich auch ein bisschen was geändert, was das Leben angeht. Wir haben ja keine Lebensanzeige mehr. Stattdessen kommen jetzt hier, wie das in moderneren Shootern eben so ist. Es ist ja auch in gewisser Maßen ein Shooter. Kommen jetzt hier die unschönen Ränder zur Seite rein. Und dadurch wird uns angezeigt, du solltest in Deckung gehen. Und wenn wir das nicht tun, natürlich regeneriert sich das Ganze. Im Gegensatz zum ersten Teil. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir halt tot. Ich wollte es nur mal zeigen. Deswegen gleich hier am Anfang mal reingerannt. Aber jetzt war es ordentlich. Gut, wir wechseln wieder auf die schwere Person, habe ich ja gesagt. So, die hier drüben sind beide tot. Ja, sehr gut. Na, wo ist du denn? Achter, sehr interessant. Sind die nicht putzig? Gut. Doch noch einer da drüben am Leben. Na, sowas. Okay, wir müssen uns also mal auf die Suche nach denen machen, die hier ein bisschen rumgepfuscht haben. Vorher sammeln wir aber natürlich erst mal noch hier drüben die Medikids mit ein. Und auch dem Handsafe knacken wir ja äußerst gern. Schauen wir mal hier drüben, dass wir dazugehören. Genau, das dachte ich mir. Das haben wir hier unten. Das ist hier. Das ist da. Und das haben wir hier. Sehr gut. Alles noch vor Zeitablauf. Das heißt, wir haben keine Verluste zu beklagen. Und dann weiter. Wer? Ach da. Guten Tag. So. Ansonsten, da niemand mehr. Äh, hier drüben kann man nicht rein, ne? Ne. Da ist zu. Okay, geh mal weg. Dann schauen wir mal hier nach. Keine Bewegung. Quarianer. Also, sie sagten, sie würden mir die Sache überlassen. Tali. Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter. Shepard? Ist das... Sie leben? Cerberus hat mich wiederhergestellt, Tali. Sie wollen, dass ich die Angriffe auf die Kolonien untersuche. Sie verzeihen, dass wir Ihren Worten keinen Glauben schenken, Cerberus. Es ist durchaus unser Recht, Angriffe auf Kolonien der Menschen zu untersuchen. Aber ich würde gerne wissen, was die Quarianer hier zu suchen haben. Waffen runter, Prasa. Was immer hier vor sich geht, wir können das bestimmt kampflos regeln. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen. Ist das nicht seltsam? Ein Quarianer, der eine abgelegene Kolonie der Menschen besucht? Quarianer können sich das Ziel ihrer Pilgerreise aussuchen. Vitor wollte in einer kleinen Ansiedlung behilflich sein. Große Ansammlungen von Leuten haben ihn immer... nervös gemacht. Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die MEX so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Vitor ist der Einzige, der uns sagen kann, was ihr vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso zwei Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Praser. Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außen rum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Also Tali ist auf jeden Fall ein bisschen erwachsener geworden in den zwei Jahren und hat einiges an Befehlsgewohnheiten dazubekommen. Ihre Leute mögen Cerberus wohl gar nicht. Habe ich da was verpasst? Sie haben unsere Leute getötet, unsere Flatelle infiltriert und versucht, eines unserer Schiffe zu sprengen. Ich hätte das ein wenig anders formuliert. Es war nichts Persönliches. Wir können später diskutieren, wer wen umgebracht hat. Jetzt haben wir erstmal einen Job zu erledigen. Einverstanden. Wir arbeiten zusammen, um zu Vitor zu gelangen. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und da haben wir die erste unserer alten Bekannten schon wieder gesehen und vor allem meine liebste der alten Bekannten, nämlich Tali. Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitston. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Schön. Äh, Tali ist ein ganzes Stück reifer geworden, wie wir mitgekriegt haben. Wir wurden entdeckt. So, erst mal den ausgeschaltet. Äh, die ist nicht bloß reifer geworden, sondern sie hat auch an Autorität dazu gewonnen. Sie führt diesen Druck hier an. Und, äh, das ist doch, ja, ungewohnt, wenn man daran denkt, wie Tali im ersten Teil noch war. Ich muss mich mal beeilen hier. Wenn ich so viel quatsche nebenbei, dann wird das ja gar nichts. Ach, ich Idiot. Ja, er kommt davon, wenn man nebenbei quatscht. Der ist weg, verdammt. Okay, beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Äh, ja, also Tali ist auf jeden Fall jetzt weiter aus angesehener. Wir kennen sie ja noch aus dem ersten Teil. Da war sie ein bisschen zugeknöpfter. Das hat sich aber geändert seitdem. So. Ist noch irgendwo, ach da. Ja, hier, komm. Zack. Noch einer. Jawohl. Gut, können wir weitergehen. Äh. Ja, also Tali hat sich also auch weiterentwickelt. Aber wir sehen schon, äh, sie ist zwar, ähm, hat zwar mehr Autorität als vorher, aber, ja, mit der Führung von Teams hat sie es immer noch nicht so wirklich, also sie kann sich dann im Zweifel nicht durchsetzen, wenn mal irgendwelche Ungereimtheiten auftreten und vor allem, äh, Meinungsverschiedenheiten aufkommen. Da ist es immer noch nicht so ganz ihr Ding, wird später noch von Bedeutung sein, denn wir müssen später genau wissen, was die Stärken und Schwächen unserer Teammitglieder sind. Das ist aber später, viel, viel später in diesem Spiel erst. Vorher müssen wir natürlich alle Teammitglieder erst mal finden und aufsammeln. Und dabei wird es sehr viele neue geben. Das Team wird viel, viel größer als noch im ersten Teil und wir haben nur sehr wenige, die wir wirklich aus dem ersten Teil auch wieder mitnehmen dann. Ja, dann stell dich mir nicht in den Weg, du dumme Kuh. Ach. Ich mag den nicht. Ich mag Miranda irgendwie einfach nicht, ich weiß auch nicht, also mir ist sie wirklich nicht so richtig sympathisch. So, das sagt man natürlich noch mit einigeres Zeug. Und dann auf zur Ladebuch. Denn nun kommt ein richtiger Kampf und jetzt müssen wir mal kurz hier unsere Leute anweisen. So, die links und rechts. Ich hoffe, ihr hört auch auf mich. Ja. Los geht's. Unschön. Der meckert schwere Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Aha. Leider ist das so. Und wir sollten zuallererst mal die Schilde überlasten, die der Kerl hat. System? Mehr aktiv. Habe ich gerade gemacht, hat aber irgendwie nicht geholfen. Na gut. Äh, dann wechseln wir mal kurz. Und es wäre Zeit, dass mir Render mal wieder auflädt. Na komm schon, mir Render. Jetzt. Jetzt kommt's. Oh shit. Ein kleiner Hotenkrebs. Hier. Ich geh da mal hier rum. Ich muss mich dem Kerl nicht unbedingt direkt in den Weg stellen. Das ist nicht so schön. Wie man's denken können. Verdammte Kacke. Alter. Registrierer Schaden. So. Jetzt hoffen wir mal, dass der weiter auf uns gerichtet bleibt. Sonst wäre es irgendwie uncool. Denn, ja, der ist nicht so freundlich. Und unsere Teammitglieder müssen nicht unbedingt genau in die Ferne kommen bei ihm. Ohne den Schild geht das aber ohne Probleme. Er wird explodieren. Zu spät. Ist schon passiert. Okay. Wir machen mal Einigkeit, wie es uns beholen wird. Obwohl, brauchen wir gar nicht mit der linken Umschalttaste machen. Wir können es auch einfach hier im Schnellslot machen. Tja, die Quarianer. Die sind nicht so glimpflich davon gekommen, ne? Tut mir leid für euch, Leute. Aber ihr wart auch ziemlich unvorsichtig. Und wolltet mich auf Tali hören. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Gut. Wir sehen schon, es gibt einige Neuerungen. Wir haben gerade Forschungsunterlagen für neue Waffen gefunden. Das kommt dann alles später noch. Also wir werden uns hier noch ein ganzes Stück verbessern können. Werden wir aber alles noch sehen. Erstmal wieder Konzentration. Denn wir haben ein Wandsafe zu knacken. So. Mal kurz hier. War das da? Nein, da. Okay. Den hatten wir. Warte mal. Ach hier. Genau. Den haben wir da. Und den haben wir da. So. Noch geschafft, bevor es alle war. Die 3000 Credits sacken wir ein. Gut. Das kostet noch ein bisschen mehr Konzentration als noch im ersten Teil, wo wir einfach nur zum Dechiffrieren dann diese Kreisel da durchdringen mussten mit den Barrieren. So. Von dem Mac selber gab es aber auch nichts, ne? Ne, der ist ja explodiert. Stimmt ja. Gut. Da drüben gehen wir gleich rein. Wir schauen nochmal kurz hier in den offenen Zugang. Füllen unser Medikit wieder auf. Denn hier ist auch Thali noch. Aber erstmal kurz nach hier geschaut. Hier ist sonst nichts mehr. Okay. Das ist ihre Gelegenheit, Vitor zu finden. Ich kümmere mich inzwischen um die Verletzten, Shepard. Er ist vermutlich irgendwo im hinteren Bereich der Ladebucht. Na gut. Wie du meinst. Dann gehen wir mal lieber schauen. Wir haben ja nur noch einen Durchgang, aus dem wir gehen können. Das ist der hier. Monster kommt zurück. Max beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Niemand wird ihnen mehr wehtun. Ich glaube, er hört sie nicht, Commander. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Max beschützen mich. Schwärme kommen. Sturm kommt. Sturm. Sie sind ein Mensch. Wo haben sie sich versteckt? Wieso haben die sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die. Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Wir sind keine Überlebenden, Vitor. Wir sind gerade erst angekommen. Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich. Frieren dich ein. Und dann nehmen die Monster dich mit. Warum haben die Kollektoren Sie nicht mitgenommen? Sperme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern. Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin. Sie finden dich. Dann stechen sie dich. Frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und leben sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Ich möchte mehr über die Kollektoren erfahren. Darüber weiß man nicht viel. Sie sind so selten, dass viele glauben, sie würden gar nicht existieren. Viel wichtiger ist doch, warum sie menschliche Kolonisten verschleppen. Was haben sie vor? Vielleicht findet der Unbekannte es raus. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster. Die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitors Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Tja, wir können Tali natürlich vertrauen, von daher ist es kein Problem, dass wir ihn mit Tali mitschicken. Sie müssen Vitor nicht unbedingt mitnehmen. Wir könnten zusammenarbeiten, so wie früher. Ich kann im Moment noch nicht mal glauben, dass Sie am Leben sind und zu Cerberus gehören. Ich trage jetzt Verantwortung. Ich habe selbst eine Mission. Die kann ich nicht abbrechen. Nicht mal für Sie. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung. Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard. Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Wir sind bereit zur Abholung. Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Die Quarianer haben uns die Ergebnisse von Vitors Befragung übermittelt. Nichts Neues. Aber angesichts unserer Vergangenheit ein überraschender Olivenzweig. Wir beide haben unterschiedliche Methoden. Aber angesichts der Ergebnisse kann ich nichts dagegen sagen. Die Daten aus dem Universalwerkzeug dürften sich als nützlich erweisen. Wir analysieren sie noch. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie bereits von Ihnen wussten? Ich hatte Vermutungen, brauchte aber Beweise. Die Kollektoren sind ziemlich rätselhaft. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn Ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn Sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Irgendeine Idee, warum Sie sich plötzlich auf Menschen konzentrieren? Wenn Sie für die Reaper arbeiten, kann alles Mögliche dahinter stecken. Die Menschen haben eine große Rolle bei der Zerstörung der Sovereign gespielt. Vielleicht hat das Ihre Aufmerksamkeit erregt. Mich beunruhigt eher, warum Sie die Kolonisten entführen. Sobald sie gelähmt sind, könnte man sie doch einfach töten. Was haben die Kollektoren von diesen Geschäften? Die Kollektoren sind nicht gerade mitteilsam, was ihre Motive angeht. Grob gesagt suchen sie nach Spezies mit seltenen genetischen Mutationen oder Abnormalitäten. Sie bezahlen Sklavenhändlern und Söldnergruppen enorme Summen für die Beschaffung solcher Exemplare. Und dann verschwinden sie wieder. Aber bisher war noch nie eine einzelne Spezies ihr Ziel. Und bisher ging es immer um ein paar Dutzend Exemplare, nicht um Zehntausende. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die Besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber Sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn Sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich Ihnen und Ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Gath geholfen haben. Das war vor zwei Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Wo ist Ashley Williams? Sie ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Ihre Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Wo ist Erdner Drax? Er ist nach Tujanka zurückgekehrt und hat den Planeten seit über einem Jahr nicht verlassen. Er versucht, die kroganischen Clans zu einen. Was ist mit Tali? Sie hat uns schon auf Freedom's Progress geholfen. Das war unerwartet. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich das genehmigen kann. Wo ist Gareth Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Wo ist Liara Tassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Okay, schon klar. Sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen sie brauchen. Ich bin immer noch ein Spektor. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. Zwei Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens. Fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Ziegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Klingt gut. Und was noch? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Joker! Hey Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaube es ja nicht. Joker! Das sagt der Richtige. Ich habe gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück. Die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte eingesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag. Deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemanden, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Die Normandy 2 Unser altes Baby in neuem Glanz Weitaus besser Schön, wieder hier zu sein, was, Commander? Jetzt braucht sie nur noch einen Namen. Das also ist unser neues Schiff. Es ist besser als das alte. Und das war schon verdammt gut. Dass wir damit alles leisten können und mit Joker an Bord, das wird toll. Mission erfüllt, wir sind mal wieder eine Stufe aufgestiegen. Die Kollektoren als Durchführende der Angriffe auf Freedom's Progress bestätigt. Überlebender Quarianer Vitor ist mit Tali Zora zur Migrantenflotte zurückgekehrt. Daten seines Universalwerkzeugs werden auf nützliche Informationen überprüft. Wir haben Munition für schwere Waffen bekommen. Sie müssen einen wissenschaftlichen Leiter rekrutieren, um dieses Upgrade herstellen zu können. Ja, wir haben ja schon gehört, wer das sein soll. Nämlich der Salariane namens Morden Solus. Und den werden wir uns auch als erstes vornehmen, denke ich mal. Also ich weiß es jetzt noch nicht, denn das werde ich nicht mehr heute machen. Werden wir aber noch sehen. Credits haben wir auch ein paar bekommen. Ein bisschen Iridium. Und das war's für diese Mission. Das war die Einleitung und nun sind wir endlich auf der neuen Normandy und können selbst entscheiden, wohin wir wollen. Aber das alles will ich nicht mehr heute machen. Denn heute wollte ich nur diese Einführung bis genau dahin spielen. Das wollen wir uns dann alles in einer neuen Aufnahmesession vornehmen. Und dann können wir wirklich frei entscheiden, wohin wir wollen. Viel Platz für neues Personal. Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Omega, wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen. Die Anwerbung von Professor Solus ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edi. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moroes Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandy hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle. Letzte Startvorbereitung abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Gut, wir sind also endlich auf der Brücke der Normandy. Ja, mit der Galaxiekarte können wir da ein Ziel auswählen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Wir können auch an die privaten Terminus gehen. Hier gibt es also nochmal ein Tutorial für alles. Das schauen wir uns alles beim nächsten Mal an. Für heute war es das erste Mal. Wir sehen uns in einer neuen Aufnahmesession wieder, wenn wir dann alles hier ergründen und uns auch die Normandy ein bisschen genauer anschauen. Bis dahin gehabt euch wohl. Und sobald hier alles durch ist, sage ich schon mal Tschüss.